Hier sehen Sie ein Klavier von Grothalien Steinbeek in warmem Kirschbaumholz. Es wurde 1997 bei Grothalien Steinbeek in Braunschweig gefertigt. Mit 124 cm ist es ein großes Klavier mit ausgewogenem Klang. Wenn Sie diese Instrumente kennen, wissen Sie, was mit dem transparenten Grothalien Steinbeek-Klang gemeint ist? Ein Klang, der klar ist, ohne scharf zu werden. Das Instrument ist in einem sehr guten Zustand gepflegt. Eine kleine Delle habe ich hier entdeckt, nur sichtbar, wenn die Tastenklappe geschlossen ist. Möchten Sie noch ein bisschen reinhören? Die Tastenklappe Die Tastenklappe Die Tastenklappe Die Tastenklappe Die Tastenklappe Eine Liga Als Die Klaviatur ist nicht speziell echtgängig, mit 52 Gramm ist sie aber noch voll im Normbereich, der von 50 bis 52 Gramm vorgegeben wird. Noch ein bisschen in einem anderen Stil. Das weiß ich nicht. Noch ein bisschen in einem anderen Stil. Nämlich auch ein bisschen in einem anderen Stil. Das war's. Das war's.